zu mir hin Richtung PhD was ist was da passiert wenn du ausrutscht nach so einem Stab im Marsch hihihi das ist eine Wilde ich bin ja ins Wasser gefallen was hab ich gemacht ach hört auf Jan guck mal komm wir bitte Richtung PhD ja komm wir ich bin ja weitrigiert so geil die Map hihihi mir gefällt die obwohl die irgendwie voll komisch ist keine Ahnung das ist voll unser Ding Hitchi komm mal könnte dir mir einen Gefallen tun was nicht lachen lachen naja nicht mich auslachen steckst du das rein hihihi 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 ja hör auf oh gut Terminator 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 hihihi ich sprinte doch siehst du es nicht hihihi du bewegst dich nicht hihihi ich hab mich draufgestellt und F gedrückt hihihi 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 guck mal da die Luke ja das hab ich auch schon gesehen da hab ich auch Granaten drauf gebrochen und dann hast du uns nicht informiert Grieche hey weil da hinten noch so ein Ding ist und dann genauso wenn ich passiert das heißt ja da tötet jetzt mal den Klon bitte sonst krieg ich ja ich hasse es wenn ich mich nicht bewegen kann ich seh'n ja noch nicht mal hihihi 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 fick dich such den Zombie Jan such den schon hihihi ja natürlich Jan ist Richtung Pazier einer muss bei mir sein weil ihr müsst mich ja gleich wiederbeleben weil ich glaub nicht dass die Klöne nur die Bretter abreißen den einen oder anderen Schlag werd ich wohl auch abbekommen hm ich hol mir mal schnell was zu trinken Moment mal ganz ehrlich was halt Two Hihihi 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 Moment Galsхel Hihihi Hihihi damit. Ich find's ja geil irgendwie. Muss ich ehrlich zugeben. So, wieder da. Ich trinke jetzt einen Monster Energy Drink. Call of Duty Ghost Edition. Aber, ich hab ja schon 10 Codes eingelöst. Das bedeutet, ich werde den Code hier in die Kommentare posten. Den können dann die Zuschauer am schnellsten ist. Ich kann es dir auch noch ganz viel geben. Kannst du ja auch mir geben. Ihr magst doch Ghosts nicht, oder? Ich kann ihn auch dir geben. Jetzt hast du schon gesagt. Gott sei Dank. Ich seh den Klon. Ja, ich poste auf jeden Fall den Code in die Kommentare dann. Den müsst ihr dann ganz schnell einlösen bei Monster Energy alles zusammengeschrieben. Monster Energy.com slash cod Auf Code eingeben, klicken unten, sich einloggen bei Call of Duty und dann den Code eingeben. Komm, reiß ab. Ja, ich krieg keine Schläge. Fein machst du das. Fein. Komm, gleich bin ich frei. Komm. Yeah. Ich hab versucht, nicht wie ein Heid zu barrikadieren, Alter. Seht da, Jungs, so funktioniert das. Nichts mit Granate ziehen und so. So, ich werd mir den Jugga irgendwie besorgen. Gleich so. Ja. Ach Gott, lass dich schon wieder hier machen. Ich liebe die P90, Alter. Ich bin hier im Max-Aumo liegen. Oh, correcto, correcto. Kannst dich jederzeit in dem Cousin. Ich schwör's euch. Bazooka oder so aus der Kiste holen und die Dinger da aufsprengen. Irgendwas hat das zu bedeuten, weil wenn ihr hier hinguckt, das führt genau in diese Räume, wo wir nicht reinkommen. Ich hab das Gegenstück, glaube ich, vor einem Teleporter gefunden. Aha. Ach, scheiße. Was denn? Ich bin, äh... Bin unterwegs wieder. Er ist geglitscht. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Wo geht's so lang? Ach, da ist ne... Ein Leiter. Ja, wie Kettung. Ah, kam mir alle entgegen, Alter. Ich wollte noch rumdrehen, aber... Jan? Zu spät. Lebt Jan noch? Nee, nee, nee. Äh, wieder. Lebst du wieder, Jan? Ganz weg. Nico. Nico darf jetzt, hat 100 Zombies. Ja, oder er rette mich noch schnell. Nee, wo du bist, also wo ich bin, Kerle. Vielleicht kannst du von der einen anderen Seite auch hochklettern auf dem Zaun. Nico. Ich probier's. Doch nicht so über die Art. Alter. Nico will echt den Tod. Nee, ganz anders. Wisst ihr, wie ich das mache? Ich schreib den Code nicht in die Kommentare. Ich schreib den jetzt hier bei Steam. Ich öffne einfach Steam und... Ja, so mach ich das. Jetzt geh ich einfach mal auf den Jan. Nee, auf den Nico einfach. So, ich gebe jetzt hier den Code ein. Aber ich sende den nicht. Hey, könntest du mich von mir aus auch senden? Ich kann keine Ahnung mehr eingeben. Na, ich kann auch keine Ahnung mehr einlösen. Die Zustau, den ich jetzt habe, und wer zuerst eingibt, Alter. Oha. Ja, wenn dir ist klar, dass die, die hatten jetzt halt das Video sofort stoppen. So, das ist der Code. Den gibt ihr ein bei dieser Internetseite. Ich hab's irgendwie da gedrückt. Nee, passt. Genau. MonsterEnergy.com Slash CD. Alter, ich fiel über das Bildschärfer. Hä? Oh naja, hier löschen wir da. Oh je. Irgendwie kam's mir grad so vor. Nico ist extra langsam gelaufen, noch ein Schlag. Was? Das war's mit meiner Waffe. Da darf man nicht zugucken. Wahrscheinlich hat ein Powermas beaktiviert. Osama. Heißt die Waffe Osama? Ja. Normal bei US-Gigs, glaube ich. Die geht von stärker. Aber Platz zum Trainers, die auch, ey. Ich sag euch doch, so inkompetent bin ich gar nicht. Ich will diesen scheiß Teleporter finden. Ich hab das Gegenstück gefunden. Hä, ernsthaft, jetzt? Dass es so aussieht, das war jetzt so eine Platte am Boden, ne? Also in dem Raum. Und im Spawn ist auch so eine Platte, aber da kann man nichts machen. Naja, das weiß ich schon. Die Platte da gegenüber von der Kiste, wo die am Anfang war. Ja, genau. Naja, da hab ich auch schon geguckt. Im Anfangsraum hast du geguckt. Naja, aber ich weiß, da in diesem anderen Raum links, da neben ist ja so eine Fahne irgendwie. Please wait, da steht da drauf. Naja, wegen Pack-a-Punch. Es ist doch beweglich. Achso, stimmt. Jan, was los? Oh, nix. Einmal Musik, bitte. Die Schnauze. Die werde ich mir gleich holen, die AK. Guck mal, ich hatte gerade 5.000 Punkte, dann hab ich die gepuncht, jetzt hab ich wieder 5.000. Eleven Zombies left. Nein, du Zigeiner. Ja, dann nein. Du, du. Du musst jetzt mal ernsthaft, wo kann der Teleporter sein, Mann? Irgendwo im Wasser? Ja, Mann, das wär assi. Wenn der irgendwo im Wasser wär? Zeig mal, da geh mal, probier mal. Genau. Hier geht's nicht. Also Jan und ich kennen die Maps inzwischen in und aus, nicht was den Glitches betrifft. Hier hab ich alles abgesucht, da hinten hab ich alles abgesucht. Da, wo man klettert, hab ich alles abgesucht. Da bei PH, die hab ich alles abgesucht. Da, ja. Ich hab alles abgesucht, Jungs. Keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung, wo dieser Teleporter ist. Two Zombies left. One Zombie left. So, jetzt geh ich mich umbringen. Keine Ahnung, wo der ist. Ja, mach das. Vielleicht da außen irgendwo. Das Boot für, ah nee, das ist ja Out of Map. Das wär, als wenn der das Out of Map packt. Wär ein bisschen assi. Töte mal den Zombie, bitte, Nico. Warte, warte, warte. Ich will Kevin noch das Coole zeigen. Jungs, warum kann man hier überall Sniper kaufen? Vielleicht, um die Teddybären anzuschießen? Hab ich schon, aber da sagt er nix. Steht auch nix. Du meinst, da würde nix stehen? Gibt es auch sowas, dass da nix steht? Achso. Bound by the Reaper. Reddits by the Reaper. Äh, na Jungs, ich hab viele Teddys gesehen. Ja, ich auch, deswegen. Aber eigentlich steht dann da immer. Surprise. WTF? Riko? Oh, Alter. Dachgrad, ne? Nee, ich hab den einmal schlagen gehört und dann war nix. Dass dein Kanal löschen können. Meinem? Ja. Nein, Crouch, leider. Ich hab jeden Tag zehn Kommentare geschrieben. Oder was? Ich hab jeden Tag zehn Kommentare bei dir geschrieben. Ey, du bist scheiße. Warum nur, hätte ich geschrieben. Jeden Tag. Zehnmal. Warum nur. Die M9 gepuncht gut. Ich punche nämlich, glaube ich. Ja, Rafika, Digga, ist nicht gut. Toll. Ich werd, nee, nee. Ach, komm. Oh Gott, ist der schlecht. Ach, komm, halt den Rand, du. Halt den Rand, du. Er kam auch noch von hinten, ne, einer. Ach, guck mal an. Nico, Nico, bitte. Geh an die Startscheibe, kauf Insta und rette uns. Bitte, Alter. Ich kann, ich kann das nicht. Ich kann nicht nochmal zugucken. Nico klettert über den Zaun, Wetten. Klar macht er das. Der olle Hacker, der. Vergiss aber nicht, Insta-Kir zu kaufen. Wo bist du denn? Jo, komm nicht. Ego. Was ist denn eigentlich hier? Was ist denn? Pink. 6, ne? Nee. Nee. Pink. 6. 5. Nee. Kevin, you're drunk, go home. 7. 8. 9. Ey, hier ist eigentlich schon. Kevin, wie viel Uhr ist eigentlich? Verrückt, wa? Ja, nicht verrückt, wie viel Uhr ist. Äh, 21.48. Oh, Nico kriegt langsam schlechte Laune. Weil da bald einer in die Haie muss. Ich bin jetzt schon seit... Mann, wenn da... Ich freue langsam. In grün sogar. Ich kann alle Farben machen. Du musst einfach den Chat öffnen. Dann musst du die... Taste machen, womit du die Konsole öffnest. Und dann ne Zahl. Das ist jetzt rot. Eins ist rot. Zwei ist grün. Ja, ja. Ich hab was falsch gemacht. Nee, nee. Hm. Verzeih mir, dass ich deinen neuen YouTube-Link nicht auswendig kenne. Oh, Mann. Weißt du ihn auswendig? Nein, Alter. U-C, U-C irgendwas. Oh, Teleporter, äh, hier, Pekka Punch ist weg. Er hat sich wegteleportiert. Und aus. Vorbei. Vorbei. Das soll er mir mal verraten, wo der Teleporter war. Schlau's euch. Mich stört das jetzt gar nicht. Jungs, Premiere. Nico, die meisten killst du in den nächsten Sounds. Naja, das ist wirklich Premiere. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Ich hab alles abgesucht. Ja, ich auch. Ich hab wirklich alles abgesucht, was ging. Also, Glitches hab ich alle gefunden. Ich hab wirklich überall geguckt. Ich hab keinen Teleporter gefunden. Also, falls du Holz, LSK-Holz, das gesehen haben solltest, dann schreib bitte in die Kommentare, wo der Teleporter war. Oder komm auf mein Team-Speak-Server und verrat es mir. Das interessiert mich. Das muss ich einfach wissen. Tjo, das soll's auf jeden Fall gewesen sein. Also, wir haben es jetzt versucht, lange genug versucht, hier dieses Ende hinzubekommen. Das haben wir nicht geschafft. Wegen Nico. Na, er ist ja gerade gestorben. Als letzter. Ne, Quatsch. Also, Jan war schuld, natürlich. Ja. Ich nicht. Ich nicht. Alter, Jan, du bist Level 11, du alter Hacker, du. Was? Hä? Na ja, guck doch mal da. Jan hat die Karte schon mal gezockt. Nico. Mhm. Ich weiß. Guck, er ist Level 11. Er hat schon mal vorgeguckt, deshalb kennt er alle Glitches. Haha. Jan hat nix besseres zu tun, Alter. Für jeden Glitch, den er findet, kriegt er ein Level. Ah ja, okay. Na gut, das sollte es auf jeden Fall gewesen sein. Der Link ist in der Beschreibung. Und ja, viel Spaß, viel Erfolg beim Zombieskill und haut rein. Servus. Weckdick is my Zombiekilling buddy!